Ja Leute, und hier bin ich schon wieder, der WushesTVGamer und der... Slagsy... In the House. Ja Leute, wir haben heute eine Premiere hier bei YouTube und ihr dürft live mit dabei sein. Und zwar machen wir ein Let's Play Together mit... Ein Let's Help Together. Ein Let's Help Together von Dixie Kongs Double Trouble. Penispumpen mit Dödelgesäß. Ja, wir sind mal nüchtern, Freunde. Falls wir nicht nachher doch zur Alkoholflasche greifen, wird das auch so sein. Es bleibt jugendfrei. Ich glaube, es artet viel an Alkohol aus. Aber in den ersten Parten nicht. Nein, aber es ist ein Let's Help, das heißt, wir haben es im Griff, wir wollen euch ja zeigen, wie es geht. Ja. Du kannst nicht nicken, die Leute sehen, hat nämlich... Achso, ja, 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 ja. Doch, ja. Äh, Leute, 1996. Boah, das Spiel hat jetzt 14 Jahre auf dem Buckel, wa? Und wir let's helpen es jetzt erst. Da, ich hab schon mal die Namen eingegeben, wir machen zusammen. Mono sollten wir vielleicht nicht haben, wir machen... Stere, sehr gut. Ja, Freunde, rein ins Abenteuer. Ich bin der Dicke, du bist die Tusse. Würde ich sagen. Äh, als erstes schwimmen, schwimmen, schwimmen. Zur Oma. Zur Oma, was die denn sagt. Hallo, Freunde, ich bin es, Mrs. Winkly Kong. Die der verlaunte Kremlins in der Schule sind mir total auf die Nerven gegangen. Den Tag diese was? Wenn du deinen Spielstand abspeichern willst, Dixi, komm jederzeit vorbei. Mit meiner ultra-coolen Super-Duper-Maschine werde ich deinen Spielfortschritt sichern. Das war meine, äh, äh, hier wie hieß er noch mal von Juras Mäß. Tingle Tingle Tangle Tingle Tangle Glixfix Glixfix Gloukou Loupolimba Boko Boko Lundberg Schakatschkart mein Freund für die Konkurrenz so Dixie Baby willkommen kurzem Urszweiler auf der Insel doch das ist nun nicht alles man denn hier Tätowieren hier einer abgefahrenen Kursen die Konnitzel zu in der Anerkennung ist er die Zeit nicht so gut ist seine Wurstkraft es ist nach dem und wenn du ihn wirfst kann sein zielliche Körper so manchen hätte noch in den Boden ich wirf mit einem Hammer rum wir nehmen das Modermode was guter Lüge ja Leute ab in der ersten World ich hoffe der Sound-In-Sound-Game-Sound-Checkpoint-Dings-Teil läuft so aber ich denke mal die Boxen stehen sehr nah ans Mikro er will jetzt schon auf ja Leute, erstes Land, ich übergebe den Player am Lago Limbo am Slug Sauce, denn er ist ja die Tunde du bist die Tunde und wenn du wechselst, musst du mir den Player geben you know what I mean, ne? ja warte mal, da oben haben wir mal Leben und Münzen und ja, um hochschmeißen ja aber ich, du musst mich hochschmeißen ja dann wechseln hier, Atomratte wechselbar du kannst mich ja wohl hochschmeißen ich suche die Taste, wo das geht ganz normal wie beim Super Nintendo ja, nur ja, guck dich hier an nein, 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 du musst mich hochschmeißen ich dich ja weil was ist hier wechseln wechseln ist hier was ist hier? ich mach da rein ha 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 geh mal her lass mich oh Gott, er wieder war da nicht Bananenmünze normalerweise also wie gesagt, es dicke in jedem ucke es gibt in jedem Land zwei Bonusfässer und eine DK-Münze die wir in jedem Level natürlich in jedem Land in jedem Level natürlich aufdenken am Ende die ganzen Tauschscheiße werden wir wohl erst am Ende machen, Freunde wieder der geile Donkey Kong Soundtrack hier, der sich zeigt komm und sammle alle Sterne komm und sammle ja, das macht so viel Spaß komm und sammle alle Sterne ja, dann gibst du richtig Gas hauptsache wieder fette hinterher, John mhm 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 ahhh Kiddy ist unter die Medico-Oriana gegangen oder wie die heißen schuldige nach Medico ach man, diese komischen Dinger bei bei wua die heiße Star Wars, Alter gesundheit da haben wir schon mal die Decay-Münze Notre Dame you Mann, in investiguerbaren ich finde die sehen scheiße einfach nur aus die Gegner die Schnapper, die sehen aus wie äh Pitbull-Zionis ja, die sehen aus wie Pitbulls die Schnapper die sehen schon immer schön die haben sie schon im zweiten Teil so verhunct die Arschlöcher naa, naa, naa wer wird denn dann das böse Wort mit a benutzen äh warst, Juno ? hahaha haben wir mal ein bisschen lauter hafa Ja komm, Slugsos, sammelt alle Bananen. Jetzt holt du mir hier nur das Gehör raus. Weißt du, seine Boxen sind? Rüllen hier in der Gegend rum, damit wir hier In-Game-Sound haben. Weil das zu faul ist, wenn wir in der Einstellung rum zu verwerken. Wie bei, ich hab keine HD-Soundkarte, Ding. Aber das hat sich bis jetzt wegen meinem Sound noch niemand beschwert und du genießt ihn zu lassen. 2. Bonus-Münze, wir haben DK, 2. Bonus-Münze hier drin. Also ist das Level, könnte man sagen, abgeschlossen. Ele der Fund! Wenn wir's durch haben, ne? Zeigen wir eigentlich Donkey Kong alles? Die Kongs? Ne, es geht nur um die DK-Münze, würde ich sagen. Aber die Kongs haben ja nichts mit 100% zu tun, Leute. Was war denn der Elefant jetzt nicht? Darum ist noch was! Er denkt dran. Da, 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 da... Darf ich jetzt noch das Level machen? Ja. Mit Kittel Kong? Mit Kittel Kong, der Pittel Kong? Schlag sie, gib ab! Hier, gib hier, Ohr! So, Freunde, Wish ist hier mit Kittel Kong! Oh, der ist sauer, Alter! Alter! Ich will ihn gar nicht! Oh, nee! Diese Mongo-Scheiß hier! Ach, dein Lieblings-Level! und ich bin die 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 So, jetzt. Alter, die wie Ketten singen, wie die hier aussehen, ne? ZINGER! King Zings Ding! Scheiße, da müssen wir Double Team machen. Du brauchst mich, mein Freund! Auf eine hetero Art und Weise. Jetzt kommen wir eh nicht mehr zurück. Nein! Scheiße! Geiles Let's have them, ehrlich. Ja, was machen wir jetzt? Verloren kurz rein in der Erde. Oh! Nein! Auch nicht! Wir können ja wieder raus mit Selechner drin. Wenn wir es einmal durch haben, ja. Dann mach mal eine da. Oh nein! Ja, Slagsy und seine Festchen, ne? Ist schon so eine Geschichte. Boah, der Sound, ey. Ich könnte mir vorstellen, dass der nachher wieder übelst geil leckt. So wie in deinem Super Mario Alltag. Das war halt schon sein gewissen Charme. Aber was machst du da? Warten auf die Hummel. Weil... Weil... Bonus... Bonus 1? Vielleicht... Du möchtest nicht die Licht... Denk an die Klammer am Ende. Nee, ich denke an alles. Nimm nicht den Player die Schuld. Die Eins hat... Wow! Die Eins hat nicht! Die Eins ist kreistig! Was willst du denn? Ich wollte dir einen gescheiten Player kaufen zum Geburtstag? Nein! Ja, so ein Gamestop-Gründling. Wollt ihr mir anbringen? Vergiss es! Ich hab gesagt, ich will einen gescheiten von Interactive oder... 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 Wollten sie dir genau den anbringen? Schieß mich! Boah! Rüber da, Mädel! Wollten sie den auch anbringen? Wollten sie den auch anbringen? Ja, so die Eigenmarke für 5 Euro oder so. Ich so, nein! Ich will einen von... Ich bin... Ur... Einen von da! Einen von da! Riesen-Atom-Rappe! Aber wir müssen... Keinen Schnitt machen, wir haben noch Zeit. Ding! Ab neuerdings... Oh... Ich sollte jetzt hier nicht so durchrennen! Hör euch! Nicht bei dem Let's Help! Da sollte man nicht meinen, so durchrennen zu können, oder? Dann werden wir das verstehen. Sammeln wir auch alle Bananen ab? Was macht der da? Hast du's mit deinem Fass, ja? Was macht der da? Was macht der da? Ich halte doch einen! Oh Gott, nein! Oh Leute! Hummel-Attack! Kong! Zacka! Buh, schakalaka! Oh nein, 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 nein! Woher los? Links! Ui... Ui... Oh komm, Dig! Ui... 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 Schau! Oh Gott! Aus'm Stand! Oh, was für'ne Spielerei hier! Aus'm Stand! Hahaha! Ja, leck doch! Hä? Ja, falls da mal so'n Schlaube auf die Idee kommt! Ja, falls da mal so'n Schlaube auf die Idee kommt! Leben! Ja! Ja! Ice-cold! Okay, ich geh eben nochmal zurück in das Level, das nächste Level kannst du wieder anfangen! Mach dat! Hol hier noch die Bonusbombe! Alles klärchen! Ich hoff mal's geht, wenn man zu... Und aus Dixie... Und aus... Kitty wird auf einmal Dixie kommen! Hä? Ja! Ja, wegen dem Wechsel! Damit das gerechter bleibt! Also am Ende jedes Levels wechseln die doch immer! Und damit die Leute hier nicht verwirrt sind und wissen wer wer ist, nämlich wieder Kitty! Ich fahr' kacke dort immer wieder! Du musst einfach nur gedrückt halten und nicht mehrmals drücken! Ich drück' da lieber mehrmals! Was machst du da? Mit Start-Select raus aus dem Level! Da! Du musst doch... Warte mal! Warum willst du da raus? Weil wir zwei Leute brauchen für den Bonus! Warum hast denn du die Tasten auf dem Schlaube? Ja, als Start, weil die Tasten nicht existieren! Von daher! Die Tasten existieren nicht! Ach, die sind Dekoration! Haha! Kein Witz! Warte, du Schiss! Hahaha! Ihr habt den Player geschenkt bekommen, von daher! Oh Mann, ey! Ja, da wollte mir jemand beweisen, wie er mich überhaupt nicht gehört! Ich hätte dir ein gescheiten geschenkt! Aber nee, die haben ja nix mehr auf Lager! Stattdessen hab ich vom Schlax den Arsch zurückbekommen! Richtig! Wie man das macht unter guten Freunden! Ja! Denn, denn... Jetzt versau, bugle den nicht! Versau! Halt! Nein, das geht anders! War schon richtig! Oh Gott! Für die Bombe! Oh Gott! Die Dicke muss da durchfliegen! So Leute, da ist der Bonus, den wir verschleudert haben! Das lag sie! Das haben wir 60! Sterne! Ein! Ey! Du hast deinen einen vergessen! Ja, ja, ja! Du musst ja so oder so wieder... Was machst du da?! Spannung erzeugen! Ich erzeug auch gleich Spannung bei dir! Mach Spannung auf den Kopf! Da! Ja! Er ist ein Held, Leute! Er ist doch einfach ein Held! Nenn mich! Meine Fresse! Jetzt verwechsel ich den Scheiß auch noch! So, wir haben noch Rekordverdächtige 3 Minuten! Schaffen wir das Level! Hol den Bananenbums da! Stimmt, die wollen wir ja auch zeigen! Ja, wir haben nämlich schon einen vergessen am Anfang! Ja, dann können wir, wenn wir das nicht durch haben, noch eben rein! Ne, dann ist er weg! Hä? Dann ist er weggeflogen! Wie, der ist doch nicht weggeflogen! Ist der geraucht? Ja! Das ist hier wie viel Gewinn von, äh... Oh, wie hieß das nochmal? Toys R Us Club damals, der da lief! Ach, weiß doch hier... Viel Gewinn! Das heißt auch viel Gewinn, oder? Nein, nicht viel Gewinn, wo die da einmal auf diese Tasten rumgekloppt haben, dass die früher auch... Xylophon! Nein! Du bist auch so ein Xylophon! Ich meine... Oh Gott, ich hab' den Level! Ihr wisst was ich mein... Dirle, Dirle! Ego da! Huyah! Die Kamenz haben wir, war ja auch sehr schwer zu finden! Hammar, Bruder, ey! Ist nicht ein Pele, so schön irgendwo gewesen? Kommt doch! Ich bin jetzt verschützt. Jetzt fängst du auch schnell mit dem Wort. Nein. Nein, das ist unser Goldfisch. Oh lalalalalala. Ihr habt alle kein Leben. Und fast stirbt mit Fass. Penisfisch. Boah, ich bin ein Fisch. Fischi. Na ja, hauptsache mit dem Rücken gedasht. Boah, Leute, Bonus. Ich sammle sie mit dem Penis. Mit dem Penisfisch. Kann ich die töten? Nein. Wenn sie auf sind, kannst du reinbumsen. Scheiße, Alter, geil. Geht nicht. Du hast schon mal von Let's Fail, Let's Help gehört. Jetzt machen wir einen Blödheitsfehler. Aber solange die Bonuse nur am Anfang der Level sind, ist das ja nicht so. Packst du, packst du, packst du. Nicht mit dem. Mit Dixi pack ich das. Da muss ich kurz Dixi nehmen. Ich hab deine Dixi getötet. Ich seh's da. Ich muss aber wieder. So, wir haben noch ein paar Sekunden. Ein paar Sekunden, machen wir den Schnee, die Bus. Ja, Leute, bis gleich. Euer Wishes und Lachsi.